Musik 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 Bisher klang deine Kamera immer ganz normal, wenn die angeschaut ist. Hallo Bob Heide, hallo Welt. Da ist er wieder, der Matze ist gerade gekommen. Und natürlich auch der Lutze, wie immer am Montag. Ganz schön warm ist es draußen. Ich muss auch mal ein bisschen an der Kamera drehen hier. Ganz schön warm ist es draußen. Hast du geschwitzt heute schon? Ich guck mal hier. Es ist warm. Aber gestern war wärmer gewesen. Heute hat es ja heute Nacht ein bisschen geregnet. Habe ich aber auch verschlafen. Ein bisschen mehr. Gruß der Woche. Wow, die Drachen, die Hitze vertragen. Haustrachen. Haustrachen. Feuerspeine Drachen. Lenkdrachen. Lenkdrachen. Genau. Und ganz wichtig ist auch, bei diesen Temperaturen, lasst bloß keine Kinder und Tiere in den Autos. Außer die Schwiegern, da sind Drachen, die können jetzt ab. Wenn du das so sagst. Hast du mir vorhin gesagt, ich sollte es so sagen. Nein. Jetzt bin ich wieder der Doof. Ja. Und warum kommen wir zu den Drachen, lieber Matze? Na, ich bin letztens am Jugendclub vorbeigefahren und dann stand da draußen ein Schild. Ach, habe ich dir übrigens geschickt. Per Internet habe ich dir das Bild geschickt von dem Drachen. Das kannst du jetzt hier noch einblenden. Guckst du so fragen. Hast du noch gut eingeblendet, muss ich sagen. Ja, vielleicht erwischen wir den Stefan Güthoff oder du nochmal vorneweg noch zwei, drei Worte dazu. Aber ansonsten Drachen. Am 10., jedenfalls um 14 Uhr ist Drachenfest auf dem Flugfeld. Also wer seine Schwiegermutter, äh, seinen Drachen steigen lassen möchte, da gibt es ein schönes Lied von den Pudis. Lass deinen Drachen steigen und so weiter. Ja, ja, ja. Kennst du das noch? Ich kenne das noch. Gut. Matze, du hast doch noch was von der Kneipe zu sagen. Du, ja, Kneipe sucht Biertrinker. Ach, das war jetzt natürlich, wir haben das Waldbad ja auf, ich grinse wieder, wir haben das Waldbad jetzt endlich aufgemacht am Freitag und wenn es im Kaufland und irgendwo hier in der Gegend keine Pommes mehr gab, dann sind die aufgekauft worden und sind alle durch das Waldbad gewandert. Ja, war richtig viel Betrieb. Die Kneipe war, wie nennt man das so schön, zum Sonntagabend ausgebombt. Da gab es nichts mehr zu essen. Also alles erfolgreich, verkauft. Und damit der Verkauf auch noch einfacher läuft, sucht die Grit Brockwald. Dort führt das Objekt auch noch Servicekräfte auf 450 Euro Basis für die Saison, um dort ein bisschen unterstützend tätig zu werden, weil wie immer vorne was raus, hinten was raus. Das ist ein bisschen viel und dann brauchen wir schon mal ein bisschen Unterstützung. Genau. Von daher, die Kontaktdaten sind wie hier eben zu sehen oder hier noch zu sehen. Borgheide 64 97 64 als Telefon oder borgheide-futterhaus-at-gmail.com. Die Grit Brockmann freut sich auf eure Rückmeldung. Wie gesagt, Ferien sind, Ferienjob. Nichts leichter als das. Und das hier vor Ort braucht ihr nicht weit wegfahren. Was sind denn Ferien? Jetzt ab Donnerstag. Ach, es sind ja schon Ferien. Siehst du, ich kriege es gar nicht mehr mit, weil ich keine kleinen Kinder mehr habe. Ja, siehst du. Ab Donnerstag sind schon Ferien. Vielleicht ja doch mal eins. Sommerferien, ab Donnerstag. Ja. Ja, Mensch, da gibt es ja, ach, da waren ja die Zeugnisse schon oder so. Die gibt es dann wohl zum... Gibt es ja wieder Drösche überall zu Hause oder was? Ach nee, man soll ja die Kinder nicht mehr hauen. Nee. Früher war das so. Ja. Gab es eins hinter den Löffel und dann lief es im nächsten Jahr besser. Oder zwei. Oder zwei. Und dann lief es besser. Ja, na, wie gesagt, dann bleibt schönartig und freut euch auf die Sommerferien. Wir... Ich danke dir, bleibt schönartig und freut euch auf den Weihnachtsmann. Ja, Sommerferien, habe ich gesagt. Ja. Du bist dann auch weg, ne? Nächste Woche. Hast du mal gesagt. Ja, man muss ja auch mal. Du willst mich alleine lassen hier? Heul doch wieder die ganze Zeit hier im Wald. Vielleicht schaffe ich es ja, dir ein ganz besonderes Wettervideo zu schicken. Ja. Und weil ja ganz, ganz, ganz langsam so etwas Ähnliches wie eine Normalität reinkommt, war auch wieder Fußball gewesen auf unserem Sportplatz. Diesmal hat, das ist ein Fleming-Pokal, der hier aufgesetzt wurde. Das ist nämlich neu, so eine Vorbereitung für die Spiele. Und Borgheide hat gegen SV 71 Busendorf gespielt. Das war eine richtig fette Hitzeschlacht. Matze hat den Weg nicht gefunden. Nee, der war Baden im Waldbad oder so. Ja, Baden war ich nicht, aber da gibt es immer so viel zu tun am Wochenende. Da kam ich leider nicht weg. Aber ich habe mich da hingewagt. Ich bin tatsächlich fast ein bisschen spät gekommen. Das heißt, ich bin zu spät gekommen. Du hast total verratzt, ne? Ja, habe ich verratzt. Und bin da hin und schied, das ist ja schon 15 Uhr, da bin ich noch schnell hingeflitzt, gefahren mit dem Fahrrad. Weil du immer die ganze Nacht durchfeierst. Und haben wir natürlich hier von der Tine ein Video gekriegt mit dem Einmarsch, den ich verpasst habe. Aber wie man sieht, haben wir immer fleißige Mitarbeiter mittlerweile, die uns helfen, hier auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich habe noch ein paar Fotos gemacht. Die schmeiße ich nachher noch bei Borgheide News in den Facebook-Kanal rein. Und siehst du, Tina, hast du das gesehen? Das ist eine spitze Bemerkung von Matze. Ich wollte nur sagen, guck mal, ich hatte ein Handy mit einer schwarzen Hülle. Ja, kann man sogar quer halten, ne? Ja, vielen Dank für den Einmarsch und ein paar Bilderchen mit reingepackt. Ja, Borgheide hat leider verloren, 0 zu 2. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm bei dem Wetter, muss ich sagen. Hut ab, was die Jungs da ihr leistet haben. Bei der Affenhitze dort drei Stunden, anderthalb, nee, 90 Minuten geht es ums Spiel. Ja, aber mit vorher Wärme und hinterher fährst du auch nicht gleich runter. Mitze ohne Ende ist keiner umgefallen, alles gesund geblieben. Jo, und das nächste Spiel, hatte ich noch nicht gesagt, ist am 4.7. Und zwar um 15 Uhr auch, und zwar in Ragösen. Eiche Ragösen stand da. Nehmen wir an, Ragösen, Sportplatz. Ich denke mal, auf dem Sportplatz würde es stattfinden. Wer da Lust hat, mit hinzufahren, kann sich dann nach Ragösen begeben und unsere Mannschaft mit anfeuern. Ein bisschen mehr Publikum brauchen sie noch. Die waren, glaube ich, alle der Hitze erlegen gewesen, waren nicht gar nicht so viele da, aber ein paar Leutchen waren schon da. Und vielen Dank auch an die fleißigen Helfer, die dafür gesorgt haben, dass hier noch Flüssigkeiten gelaufen sind dort und eine Bockwurst. Denn die hinten, die so immer nicht rauskommen, sondern in ihrem Fenster sitzen und hinten rausgucken, Bockwurst verkaufen, Bierchen verkaufen, Sekt verkaufen, Wasser verkaufen, Kaffee verkaufen. Kein Eis, also uns fehlt noch ein Eiswagen dort auf dem Sportplatz, bei so einem Wetter. Oder vielleicht ein Sponsor für eine Eistruhe. Vielleicht findet sich ja jemand, der da Sonntag hinfährt mit dem Hänger, aber Sonntag ist halt Sonntag. Joa, so, das war es schon wieder fast. Habe ich irgendwas vergessen, Matze? Ach ja, Wetter noch eine Runde. Wetter, Wetter noch? Weißt du denn, wie das Wetter wirkt? Kriegst du das nochmal hin? Bleibst du zu warm? Nee, und ein bisschen froh bin ich auch, weil der Körper braucht so ungefähr 10 Tage, um sich an so eine Temperatursituation von 3, 4, 35 Grad zu gewöhnen. Ich möchte es gar nicht. Also mir gefallen auch gut und gerne 22 bis 25 Grad. Damit kann ich sehr gut leben und das heißt, die Woche wird eigentlich ganz passabel, wo so im unteren 25 Grad Bereich sind, zwischen 20 und 25 Grad. Nachttemperaturen wieder angenehm zum Lüften, um die 15 Grad. Bei dem aufgeladenen Wetter kann natürlich noch das ein oder andere Gewitter hinterher kommen. Feuchtigkeit ein bisschen von oben? Ja, hat man ja. Letzte Nacht hat es so ein bisschen geregnet. War schön. Ich habe es größtenteils verschlafen. Es ist gleich frischer geworden, aber ich wusste ja nicht, wie die Nacht sonst überstehen soll. Schlafend. Da kommen ja kein Windrauch mehr rein, trotz offener Fenster. Und dann ist ja gleich wieder im Autoverkehr draußen laut. Das kommt noch dazu, genau. Bei der Raserei hier. Jo. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, Regenschauer möglich. Es wird ein bisschen wolkiger die Woche, aber zum Wochenende verschwinden dann die Wolken wieder. Aber die Temperaturen halten sich so, ne? 22, 23 Grad. Schön, optimal. Ist angenehm. Kann man sich so gefallen lassen. Können wir uns nochmal leicht abkühlen. Wir werden ja sehen, was die nächsten Tage dann bringen. Zumindest jetzt erstmal am, guck mal, kann jetzt, warum ist jetzt eigentlich am Freitag Regenwetter angesagt? Wegen der Zeugnisse am Donnerstag? Oh, 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 oh. Das ist ja so, da kommt wohl ein Gewitter. Ja, da kommt wohl ein Gewitter, ja. Tja, würde ich mal drüber nachdenken. Den Balken haben wir da nicht reingezaubert. Jedenfalls wünschen wir allen Kindern und Eltern schöne Sommerferien. Genießt das Wetter. Bleibt alle gesund. Und freut euch das Lebens, weil das gibt es nur eh mal, das Lebenswert. Das kriegt man das eigentlich in der Regel nicht. Und wir gucken, wie wir die Woche rumkriegen. Und dann schicke ich Matze mal zur Kur. Der ist immer so fertig in letzter Zeit. Bestimmt wegen der Hitze. Nicht? Weiß nicht. Nö, ach. Nein. Viel Arbeit nebenbei. Genau. Auch im Waldbad. Und wie gesagt, wir freuen uns natürlich, dass das Waldbad offen hat, endlich. Und dürfen zwar nur so 500 Leute rein, ne? Funktioniert das denn soweit so gut? Das funktioniert eigentlich über den Tagesverlauf, ja. Muss ich echt sagen. Und die Anmeldung läuft über? Anmeldung läuft über Corona-App. Ja. Über Luca-App. Beziehungsweise steht beim Rettungsschimmer dann eine Sammelbox, wo man die Anmeldezettel einfach einwerben kann. Aber dieses Scanner ist doch nicht nur über App, oder? Dieses Scanner, wie kann man sich da so anmelden? Ja doch, mit der Luca- und Corona-App. Die sind konfiguriert. Also wenn man die nicht hat, die App. Dann geht man zum Rettungsschimmer und Wurfzettel. Ja. Und den kann man sich übrigens auf der Waldbad-bockheide.de-Seite vorher runterladen. Muss man dann nicht vor Ort ausfüllen. Kann man schon vorbereitet mitbringen. So. Mehr können wir nicht bieten. Das war's, ne? Danke nochmal. Ach, muss ich noch, wollte ich nochmal sagen, habe ich schon geschrieben. Danke nochmal an den Amtsdirektor Marco Köhler, der uns dort über das Gesundheitsamt quasi mit einem kurzen Draht alles so geschrieben hat, wie wir das aufbereiten sollen, dass wir aufmachen können. Wir haben uns dankend angenommen und das Ergebnis sehen wir halt dann im Offenblick. Genau. Das Publikum freut sich auch. Die ganzen Bade-Nixen und Nixinnen. Nix-Hinde. 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 Nix-Hinde? Wie heißen die männlichen Nixen? Okay, fällt dir auch nicht ein. Mach mal. Lassen wir jetzt bleiben. Ja, das war's. Wie immer hier vor der Kamera am Montag. Matze und? Und Lutze. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis später. Tschüss. Bis nächsten Montag, ne? Ach nee, du bist ja nicht da. Ach, vielleicht kommst du ja doch noch. Au, tchuss. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020